so jetzt machen wir das perfekte fliegende fahrzeug aber natürlich nehmen wir nichts vorgefertigtes nein wir bauen es uns selber dazu brauchen wir eine hübsche fläche sage ich mal die aber auch zumindest ansatzweise an ein irgendwas fliegendes erinnert also was finde ich hier nicht dann einfach eine an nichts erinnerte fläche ist doch auch okay brauchen wir räder nein lassen wir wieder weg bewusst wir machen eine rein fliegendes ding ins kirchen so wie schauen die denn aus hässlich 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 also ist egal welche wir nehmen wir machen sie dann unsichtbar einer des eck einer des eck einer hier der war nicht hübsch positioniert so ein testlauf okay die sind kräftig sogar ein bisschen zu kräftig aber was soll's dann kommen wieder die allseits beliebten truster dran die brauchen natürlich auch fett power einmal nach vorne fahren da kriegt er mal zwei wie schaut's aus achso ich muss ihn erst noch releasen so wieder runter okay power ist gut stehen geblieben dann lalalala bisschen weniger power und nach links lenken also ein hier und ein hier und dasselbe jetzt noch nach rechts natürlich brauchen wir noch was zu bremsen da würde ich sagen reicht jetzt einer und jetzt machen wir die teile noch unsichtbar hier 1 2 3 4 und starten einen kleinen testlauf runter rechts links hoch und disco oh mein gott wer möchte da mit drauf sitzen also brauchen wir einen stuhl nehmen wir auch den büro stuhl und den werden ups ja gut passt wobei vorne hier ok also den stuhl so drauf und jetzt müssten wir eigentlich schon disco machen können ich könnte noch eine kamera vielleicht erst installieren damit das ganze nicht zu blöd uns machen wird und die welten wir wieder zack zack ok mal ein bisschen höher ja funktioniert doch alles wunderbar und so einfach wuuu kommt man an ein fliegendes gefährt das zwar nicht danach aussieht aber genauso viel spaß macht wir können nicht nur fliegen wir können ja auch schweben zack und landen ich könnte jetzt wenn ich lustig bin natürlich noch ganz viel dazu bauen wie zum beispiel flügel obwohl wir eigentlich mehr ein hubschrauber sind als ein flugzeug die wälde ich dann auch einfach dran wenn wir da noch platz gelassen haben jawoll so nummer eins und die nummer zwei und dann hätten wir schon flügel dann fehlt aber noch dieser dieser arsch arsch flügel ding ins kirchen da ne zu groß zu riesig das hier das hier dürfte passen auch mit dran geklatscht zack und das ist der trust an dem weg aber ich glaube die funktionieren trotzdem noch und da kacken wir jetzt noch so ein mini stückchen drauf so ein flügel ein heckruder glaube ich kann man das nennen nehmen wir doch den kanister hier oder ach wunderbar ach wunderbar und schon haben wir ein wunderschönes flugzeug das schweben kann Ich kann ja natürlich auch nochmal hier den Disco-Pogo machen Das war das eigentlich, was ich euch in der Folge mit dem Buchlanden zeigen wollte Am Schluss noch Wie man ein einfach zu fliegendes Flugzeug bauen kann Flugzeug bauen kann Ja und wenn wir da noch Wheels dran geschraubt hätten, könnten wir damit selbstverständlich auch ganz normal fahren Boing Aber wir haben ja bewusst auf Wheels verzichtet, weil wir ein reines Fluggefährt haben wollten Wo bellt hier oben ein Hund? Juhu Ähm, steigen wir nochmal aus Äh, Kamera wechseln Hier Hey, bleib stehen Eine Idee habe ich noch, um ein bisschen mehr Action in unseren Flug reinzubringen Einmal so Oh Gott Das geht in die Hose Damit das Ganze ein bisschen realistischer aussieht Achtung Hey, wunderbar Wunderbar Es klappt ja sensationell Trotzdem immer noch eine wissenschaftliche, ähm, leck mich am Arsch Ein physikalisches Wunder, dass wir aussehen wie ein Flugzeug, aber schweben wie ein Hubschrauber Das heißt Wir brauchen noch Etwas, das uns Hubschrauberlich aussehen lässt Oh Und was wäre da besser geeignet als eine, eine Stange Wunderbar Gepaart Mit einem, ja, nennen wir es Rotorblatt Schauen, ob ich da was Passendes finde Das ist Holz Das ist riesig Das ist gigantisch Das ist die falsche Taste Die sind alle so Überbewertet Und schwer Das ist, das wird alles viel zu schwer sein Für unser kleines Fliegi Wie das Ding ausschaut Ähm, Material Mach mal Hier, mach mal alles so hier in diesem Hübschen, hässlichen Blech Und dann machen wir da oben Natürlich, wie soll es anders sein Noch einen Truster dran Der aber überhaupt keinen Effekt macht Und der anbleibt Und den machen wir auf die 7 So Und schon kann unser Hubschrauber Hubschrauben Machen wir hier noch einen dran Dass es fair ist Setzen uns rein Aktivieren die externe Kamera Schalten das Rotorblatt an Und heben ab Nein, schon wieder nicht Ich muss das Gefährt erst releasen komm wieder runter so einmal landen bitte vielen dank reingehockt kamera gewechselt noch mal rotorblatt an und ab die post jetzt haben wir noch ein wunderschönes flug die ruckschrauber dinge ins kirchen trallala wow das macht freude juhu oh mein gott was war das ach so da ist das level zu ende das kann einem aber auch mal jemand sagen jetzt habe ich eigentlich nur noch eine lustige idee die man da dazu noch machen könnte und zwar blinde passagiere machen wir mal den wackel dackel wieder aus tut das teil landen es muss fliegen und fixieren jetzt suchen wir uns irgendeinen idiot raus nehmen wir doch mal hier diesen hübschen detailreichen link oh ja der sieht gut aus der ist glaube ich alsseits geklaut hier von der w so mit dem gehen wir jetzt keine ahnung hierhin ungefähr so kopf ist noch viel zu klein so gefällt er mir besser hör mal auf zu wackeln du drecksau so die hand probieren wir mal ob wir die da easy ran werden können da müssen wir das ganze doch etwas komplizierter machen ja was ist denn mit dir los link seit wann so politisch reicht noch lange nicht da müssen wir einfach noch noch näher ran passt und komm gib mir das händchen okay ich glaube so können wir den lassen dann welten wir jetzt die hände da dran zack 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 releasen das ganze und jetzt hängt da dran oh und er verändert unsere gewichtssituation so sehr dass wir uns umgedreht haben und ich mich nicht mehr zurückdrehen kann selbst wenn ich meinen schraubokopter anmache jetzt aber jetzt liegt er halt hier drauf jetzt alles in bester ordnung okay so viel dazu den mache ich mal jetzt wieder weg den scheißkerl und das war's in diesem sinne mal wieder mit gary smod bis zum nächsten mal euer Tudu bis zum nächsten mal